Simon Weil Mitten auf dem Meer Wenn man mitten auf dem Meer ist, dann ist das Meer ausgebreitet wie ein runder Stoff, hochgehoben von wogenden Falten, daher in der Edda der von den Winden gepeitschte Baum. Vom Mittelpunkt, dem Punkt, wo ich bin, bis zum Pol erstreckt sich eine gerade Linie, regungslos oder sich um sich selbst drehend. Problem, ich stelle mir eine regungslose Gerade vor und eine Gerade, die sich um sich selbst dreht. Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Vorstellungen? Sehr merkwürdig. Ein Punkt, der sich um sich selbst dreht, ist regungslos. Und warum sollte seine Bewegung nicht die Welt mitziehen? Regungsloser Antrieb. An dieser schrägen Geraden, die sich um sich selbst dreht, hängen die Gestirne, Sonne, Mond, Planeten, Sterne, wie die Früchte eines Baums. Die Wurzel des Baums ist unter dem Stoff, unter der Welt. Der Baum, dessen Wurzel niemand kennt. Poetische Edda, Odin-Rune. Aides, das Unsichtbare, das universelle Gastfreundliche, ist neben der Wurzel. Hier befindet sich auch die Quelle der Weisheit, aus der Odin getrunken und im Austausch dafür ein Auge hergegeben hat. Diese Vorstellung von der Welt muss wohl wie der runde Schnitt, wie das Weltei, auf die ersten Seefahrten zurückgehen. Einzig der Anblick der wogenden Falten des Meeres kann, wie mir scheint, an einen wehenden Stoff denken lassen. Und wie weit liegen die ersten Seefahrten zurück? Das ist ein Rätsel. Im Neolithikum noch weiter? Der Stoff weht, den Launen des Windes preisgegeben, doch er ist an der Achse der Pole festgemacht. Seine Bewegungen sind durch diese Befestigung und durch seine Größe begrenzt. Bild von der Verbindung zwischen Grenze und Unbegrenztem. Der Wind, der den Stoff zum Wehen bringt, ist das Unbegrenzte. Er ist das dynamische Prinzip des Werdens. Ein sehr, sehr schönes Bild. Zeus hat diesen Stoff groß und schön gemacht und er hat ihn bestickt zu Ehren seiner Hochzeit. Wahrscheinlich mit Chontia, die Platons Grundstoff Jungfrau und Mutter sein muss. Dieser Stoff ist das Geschenk eines Liebenden, eines Bräutigams. Er wurde aus Liebe bestickt. Er wurde aus Liebe gewebt. Zeus als Weber, Gewebe aus Grenze und Unbegrenztem. Dieses Universum ist schön wie die Gabe eines Liebenden. wir haben vor, ein Jahr. Schöne,